Also ich liebe Tee, ich bin mit Tee aufgewachsen, ich habe hundert Sorten Tee zu Hause und auf meinen Reisen durch die Welt, zum Beispiel nach Marokko, Singapur, China oder auch London und Paris, durfte ich die unterschiedlichsten Teekulturen kennenlernen und das hat mich einfach total inspiriert, diese neu zu kombinieren, das Beste rauszusuchen, die verschiedenen Zutaten von der ganzen Welt neu zu kombinieren und damit neue Geschmacksrichtungen zu eröffnen. Und diese Schätze der Flora, die dürft ihr jetzt genießen.